so hallöchen meine leute und herzlich willkommen zu diesem wunderprächtigen feinen kleinen guide zum thema suspicious stews oder ich glaube merkwürdige süppchen eigenartige süppchen suppen was auch immer in minecraft ich weiß gar nicht genau wie die auf deutsch heißen ist aber auch gar nicht weiter wichtig spielt sowieso keine rolle das ist sprachunabhängig das wissen dass ich heute vermitteln werde denn stellt sich heraus es gibt eine ganze menge und wie ihr seht ich habe hier im hintergrund schon ein bisschen was vorbereitet es gibt eine ganze menge an lustigen kleinen süppchen die man in minecraft kochen kann die meisten davon sind leider ziemlich verdammt nutzlos und sogar schlecht mehr oder weniger und negativ für euch als spieler aber ein paar davon sind gut und die die gut sind sind sogar sehr gut deswegen ist dieses video und deswegen nehme ich dieses video ja heute überhaupt auch quasi auf sage ich mal und ich würde sagen wir legen einfach los und ich erkläre euch erstmal ein zwei sachen zum thema jetzt habe ich gerade auf f3 gedrückt ist die falsche taste so f1 wollte ich drücken ich erkläre euch erstmal die grundsätzlichen dinge zum thema suspicious stew in minecraft und wie man den ganzen spaß und booms kriegen kann nämlich brauchen wir erstmal ein crafting table bzw den crafting table selber braucht man eigentlich gar nicht es geht auch im kleinen crafting grid ihr braucht nämlich nur vier von diesen neuen crafting slots hier und was ihr braucht ist mindestens eine schüssel zack dann braucht ihr mindestens einen braunen pilz zack mindestens einen roten pilz und wie ihr seht so kraft man erstmal eine mushroom stew also eine eine pilzsuppe halt einfach aber wir wollen ja keine pilzsuppe sondern wir wollen eine suspekte suppe craften und um diese suppe jetzt hier suspekt zu machen in anführungszeichen müssen wir noch eine blume hinzufügen ihr könnt nicht alle blumen hinzufügen das geht nicht mit allen blumen soweit ich weiß geht es nur mit einer bestimmten liste an blumen manche blumen werden einfach gar keinen effekt haben aber das behandeln wir heute ich habe zum beispiel hier eine eine der blumen die einen effekt hat wenn man sie hinzufügt ist diese hier diese gelbe hier die dandelion blume die gebt ihr einfach dazu und schon wie ihr seht wird unsere suppe hier so grün grünlich lila licht da sind ein zwei grüne teilchen lila teilchen dabei wenn ich das hier raus nehme wie ihr seht endet ihr das crafting rezept aber ja wenn ihr eine von diesen blumen die ich euch gleich zeigen werde hier hinzufügt dann wird aus eurer normalen mushroom stew eine suspicious stew wir werden die direkt mal kurz craften und ins inventar reingeben und dann werde ich euch direkt mal kurz ein weiteres interessantes detail sag ich mal dazu nennen so und zwar ja ich habe die falschen tasten gedrückt weil ich irgendwie dachte f1 plus f3 eröffnet dieses lustige kleine game mode switch menü aber es ist f3 plus f4 für die von euch die auch diese nutzen wollen f3 und danach f4 drücken und danach könnt ihr einfach ganz schnell vom creative in survival mode switchen wie auch immer das darum geht es aber gar nicht worum es geht ist folgendes ihr seht ich habe eine volle hungerleiste das seht ihr hier unten da wo ein maus gerade ist oder auch da neben meiner facecam meine hungerleiste voll das heißt ich gehe kurz drücken in den creative modus das heißt zum beispiel wenn ich mir jetzt hier keine ahnung wir nehmen uns jetzt hier ein stück cook chicken das kann ich nicht essen ich drücke gerade auf die essen taste ich weiß nicht ob das hört ich drücke gerade auf meine rechte maustaste nichts passiert das kann ich nicht essen meine hungerleiste voll suspicious stew allerdings ist ganz speziell ist halt ein gespecktes nahrungsmittel wie ihr seht das kann ich essen obwohl meine hungerleiste voll ist und das ist eine tatsache die quasi gültig ist sag ich mal für alle arten von suspicious stew egal ob sie gut ist ob sie schlecht ist was auch immer egal welchen effekt sie hat suspicious stew also suspekte suppe könnt ihr jederzeit essen egal ob eure hungerleiste voll ist oder nicht dass das geht einfach wirklich immer so das wäre fakt nummer eins beziehungsweise nummer zwei also ich habe euch einmal das crafting rezept gezeigt und jetzt gezeigt dass man das ganze immer nutzen kann jetzt machen wir weiter mit diesen kühen denn ja die liebe suspicious stew ist im wahrsten dem wort zum kühe melken und zwar um genau zu sein diese kühe hier das sind mushroom kühe also diese mushroom pilz kühe was auch immer und zum genau zu sein sind es nur die braunen also es geht wirklich nur mit den braunen hier das geht nicht mit roten mushroom kühen das geht nur mit den braunen diese braunen hier sind sehr selten wenn ihr ich glaube wenn ihr zwei rote kühe also rote mushrooms miteinander paart kann zu 1 ist irgendwie die chance 1 aus 2064 also was das dabei halt eine braune bei rauskommt ein braunen baby kuh oder aber ihr sorgt dafür dass der blitz zum beispiel im dreizack oder mit dem blitz ableiter sorgt dafür dass der blitz in eine rote mushroom kuh einschlägt und dann wird sie direkt auch zu einer braunen und diese braunen kühe haben eine ganz spezielle eigenschaft nur kurz den kratzen um hier schnell so in den zaun reinzukommen weil wenn wir jetzt hier die andere dandelion nehmen die ich jetzt hier gerade habe wenn wir die jetzt hier nehmen und eine von diesen kühen damit füttern sag ich mal wir nehmen mal diese hier zum beispiel weil jetzt gerade von der herde so schön separiert ist ich rechtsklick jetzt hier auf diese kuh zack wie ihr seht da kam so ein paar partikel raus so lustig kleiner sound effect und jetzt können wir mit unserem bowl diese kuh hier melken und wie ihr seht haben wir von dieser kuh jetzt das wirst du gekriegt also ihr werdet nicht sehen weil ich glaube die dandelion zu hat einen bestimmten effekt der nur ganz kurz anhält aber ihr werdet sehen der effekt wird genau wie gerade eben da über mir oben rechts lecker nur ganz kurz anhalten sofort verschwinden ja das ist nämlich der saturation effekt den hat mir gerade auch schon dass wir sie sich diese hier war es diese kuh hier wird uns jetzt immer okay diese war es nicht die hatten sie zum marschung zu geben aber die wir auch die kann ich nicht mal essen weil ich mein hunger das voll ist okay auch mal schon zu ich weiß nicht welches war ich glaube ihr müsst ein bisschen warten zum leichten cooldown drauf glaube ich glaube man kann ihn nicht endlos melken hier vielleicht mehr damit die der ganzen ecke sein aber soweit ich weiß müsst ihr quasi einmal dieses blümchen füttern dann habt ihr glaube ich zwischendurch ein leichten cooldown eventuell ich glaube dann merkt man zeitlang wahrscheinlich nur marschungstu aber nach meinem verständnis meinem wissen müsst ihr ein bisschen warten und nach einer zeit könnt ihr von der selben kuh dann wieder dieses wirst du quasi abmelken das heißt ihr braucht nur eine blume und kann dann quasi mit der mithilfe der kuh endlos viel zuerst das wirst du daraus melken soweit zumindest mein verständnis ich könnte mich daran auch irren aber ich meine das war so soll es nicht so sein könnt ihr euch so oder so auf jeden fall zumindest die beiden pilze weg sparen quasi die er sonst bräuchte um die im gesuppt zu kraften ich bin mir relativ sicher ihr müsst einfach ein bisschen warten und könnt dann wieder die ist das wirst du quasi abmelken die er da quasi reingefüttert hat ich meine so dürfte das sein ich konnte mich natürlich auch irren soll ich mir irren korrigiert mich gerne in den kommentaren aber ich meine das war so ich werde kurz mein inventar ein kleines wenig entleeren und dann geht es jetzt ans eingemachte sag ich mal ich mache mein hat wieder weg das brauchen wir jetzt eigentlich erst mal nicht mehr denn ich werde euch jetzt mitteilen wie ihr seht erst mal laufen einmal kurz vorbei es gibt diese blumen hier also das sind alles das sind die ganzen blumen mit denen ihr halt hingehen könnt und aus denen ist das spielstuhl craften können mit effekten zum beispiel aus dieser hier aus dieser hier dieses suspicious du kann man aus diesen beiden blumen kraften also der gelben dandelion und der blauen hier die cornflower dass diese hier daraus kommen ein kraften das ist glaube ich die lily of a valley dann haben wir hier noch diese hier oxeye daisy glaube ich die neue torchflower und auch die poppy können diese hier kraften dieses wirst du alle tulpen egal ob rot oder nur welche farbe auch immer können diese hier kraften und die river rose kann auch eine das wirst du kraften so das wollte ich einmal kurz so gezeigt haben und jetzt würde ich sagen starten wir mal rein und ich zeige euch was 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 wieso weshalb warum die banane komisch haben ich habe jetzt hier jeweils einmal drin ich glaube ich musste ich unbedingt zeigen das habe ich nämlich ich habe ich auf dem schild also hinter den truhen habe ich immer zum schild drauf geschrieben was sie was die stuos machen ich könnte jetzt auch trinken aber ich bin mir sicher ihr könnt euch selber vorstellen oder selber ausprobieren was die dann genau machen ich dachte mir ich zeige dir das einfach mal also diese blumen hier die heißt er die um soweit ich weiß genau also alium im englischen heißt sie so im endeffekt einfach darauf dass sie diese blumen hier sucht findet und eins sagt ja falls ihr euch dieses du hier kraften wollten die ist auch ganz gut dass eine bessere stu ist da wir schon verraten dass nämlich die file resistance aus welches du und tatsächlich gibt sie einen versionsunterschied also bei allen bei allen stu ist ja also bei allen sind es gibt es gibt es einen version und versionsunterschied die die stu ist also die die suppen in der java version in der regel halten sie immer ungefähr zwei sekunden länger an beziehungsweise generell sind sie einfach besser als reichmann der java version in der version wurden diese diese ganzen suppen alle ein bisschen genervt warum auch immer aber wie ihr seht file resistance kriegt man von dieser stu hierfür vier sekunden in der java version und in der version nur für zwei sekunden es ist in beiden fällen ist nicht so mega lange aber es kann eventuell den hintern retten deswegen solltet ihr never gehen und ihr habt irgendwie vielleicht gerade keine golden äpfel zur hand oder was auch immer und ihr denkt so nein ich werde der lava sterben und generell und feuer macht aua bubu dann ist dieses du vielleicht was für euch genau so das wäre die erste die nächstes glaube ich nicht ganz so gut ich hab's gar nicht mehr ganz auf dem schirm das ist eine azur blurt ja also ich habe keine ahnung wie diese blumen auf deutsch heißen ich könnte das spiel auch einfach mal kurz auf deutsch umstellen jetzt wir gehen aber kurz alles auf englisch durch und danach zeige ich euch die ganzen namen auf deutsch warum nicht mit dieser blume kann man folgendes herstellen man kann eine blindness suspicious stew herstellen das ist logischerweise keine gute blindness bedeutet einfach alles wird ich das demonstriere euch einmal kurz weil das ist ein effekt den man sehr selten sieht und das hat auch einen guten grund blindness ist ein effekt der einfach den bildschirm komplett schwarz macht dieses stew ist aber trotzdem notable weil diese suspicious stew und noch eine andere stew eine andere suppe ich weiß gar nicht genau welche aber diese hier auf jeden fall und noch eine andere halt haben einen effekt nämlich diesen bleibt ist effekt und wie gesagt noch ein anderer ich bin gar nicht sicher welcher es ist das habe ich gar nicht ganz auf dem schirm dem und soweit ich weiß nur so kriegen kann aktuell es gibt keine andere möglichkeit diesen effekt in minecraft aktuell zu kriegen außer man schlürft halt dieses süppchen hier wir machen das einfach mal kurz und wie ihr seht oder wie ihr jetzt seht alles wird schwarz als wird dunkel wir sehen quasi nichts mehr und in der version ist das so für acht sekunden in der version für sechs sekunden und jetzt sehen wir auch schon wieder was und ja das wäre dieses süppchen hier das ist ein der besten stews im ganzen spiel die blaue orchidee und die dandelion diese beiden blumen hier könnt ihr beide nutzen also ihr müsst also nicht beide gleichzeitig sondern eine von beiden ihr habt ja vorhin eh gesehen dass ich die dandelion genutzt habe ihr braucht einfach eine von diesen beiden blumen hier und damit stellt ihr eine der besten stews im ganzen spiel her nämlich die saturation suspicious stew wie ihr seht der effekt lasst nur 0,35 sekunden und in der battle version nur 0,3 sekunden aber dieses stew hat es halt wirklich in sich denn innerhalb dieser 0,3 oder 0,35 sekunden je nachdem ich spiele die java version deswegen 0,35 sekunden innerhalb von diesem kurzen zeitraum ich werde euch einmal kurz den trick dahinter quasi erklären wie man dieses stew hier quasi zu ihrer gänze ausnutzen und auskosten kann wir nehmen survival mode site geht ihr einfach hin und füllt eure hungerleiste da links neben mir die füllt ihr am besten möglichst voll auf oder fast voll auf und es am besten irgendwas was euch viel saturation gibt also für die von euch die jetzt nicht wissen es gibt zwar diese hungerleiste die ihr da unten seht es gibt auch noch eine zweite leiste die sättigungsleiste und die zeigt euch das spiel einfach gar nicht an die saturation bzw sättigungsleiste wird euch nie angezeigt bestimmte nahrungsmittel füllen die sättigungsleiste mehr als andere also zum beispiel ich glaube gekochtes schweinefleisch füllt ihr glaube ich am meisten auf von allen nahrungsmitteln im spiel das heißt egal was ihr esst also ihr esst euch am besten mit der hungerleiste fast komplett voll und das letzte was ihr esst sollte am besten schweinefleisch sein weil ich glaube das überschreibt sich immer irgendwie so gegenseitig fragt mich nicht ich bin mir da gerade nicht ganz ich würde euch auf jeden fall dazu raten dass ihr guckt dass ihr die sättigungsleiste möglichst voll kriegt wie gesagt ihr seht ihr nicht aber ein oder zwei stücke schweinefleisch einfach essen das gibt euch am meisten also gekocht ist natürlich ungekocht ist auch schlecht das ist glaube ich eine der nahrungsarten die mit am meisten sättigung gibt damit ist die sättigungsleiste dann ziemlich voll und wenn ihr dann wenn die hungerleiste voll ist wenn ihr jetzt weil wie gesagt das kann man auch essen wenn die sättigungsleiste schon voll ist wenn ihr jetzt dann dieses so quasi noch oben drüber kippt ja hier nochmal kurz diesen sättigungseffekt und dieser sättigungseffekt kann quasi weil ich glaube es gibt kein cap es gibt kein limit beim sättigungswert der kann den also der so lange diesen effekt habt erhöht sich euer sättigungswert quasi der unsichtbare der erhöht sich noch weiter und er kann quasi sich dadurch noch weiter erhöhen als er das normalerweise könnte und es möchte euch fragen was bringt dieser sättigungswert ja also wenn ich jetzt hier rumrenne dumm wir rennen hier ein bisschen rum werdet ihr es gleich bemerken und auch rumspringe es dauert verdammt lange bis meine hungerleiste gleich anfängt zu wackeln und anfängt sich zu reduzieren und was auch immer ich spiele gerade auch auf peaceful das heißt ich fühle sich auch normalerweise davon allein wieder auf aber auch auf peaceful soweit ich weiß fängt irgendwann an so zu wackeln und zu schicken was auch immer und dann kriegt man halt hunger und dann reduziert die hungerleiste so und wenn ihr einen hohen sättigungswert habt heißt das ganz einfach es dauert länger weil das wie das funktioniert wenn die sättigungsleiste die unsichtbare leiste halt wenn ihr keine sättigung mehr habt wenn ihr nicht mehr gesättigt seid dann beginnt euer hungerleiste runter zu gehen das heißt wenn ihr dieses süppchen quasi auf ein zwei stücke schweinefleisch drauf kippt ja dann habt ihr einen absolut hohen sättigungswert und es dauert sehr 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 lange bis ihr halt wirklich wieder was essen müsst zum einen das und zum anderen soweit ich weiß solange ihr sättigung habt quasi solange ihr in der sättigungsleiste quasi noch was drin habt wie gesagt kann man nicht sehen es gibt glaube ich ja bei Minecraft Forge zum Beispiel gibt es glaube ich irgendeine Mod die einen das habt ihr vielleicht ihr schon mal gesehen bei manchen Mod Packs auch da hat man dann hier irgendwie so dass die so leuchten hier diese Porkchops hier dass die hungerleiste leuchtet das ist halt einfach diese Mod die einem die sättigungsleiste quasi anzeigt und die sättigungsleiste soweit ich weiß solange man sättigungsleiste hat regeneriert man halt auch Leben das heißt solange ihr also wenn ihr mehr mehr sättigungsleiste bedeutet mehr sprinten können mehr Leben regenerieren etc ist also extrem gut so um das mal kurz jetzt hier auf den Punkt zu bringen quasi denn da haben noch einige andere Süppchen die wir uns jetzt eben kurz angucken müssen oder angucken werden deswegen würde ich sagen machen wir mal weiter aber ich hoffe ihr habt es verstanden wenn ihr noch Fragen habt haut sie gerne in die Kommentare und ich versuche euch das dann nochmal etwas durchsichtiger zu erklären sag ich mal ich hoffe das ist aber nachvollziehbar und wir machen weiter mit dieser Blume hier das ist die Cornflower wie ich ja gerade schon gesagt habe so heißt dieses Blümchen hier ich glaube dieses ist auch nicht ganz so nützlich ja gut Jump Boost es ist eine der nützlicheren Stews wie gesagt die besten sind aber definitiv Saturation High Resistance und noch eine die wir uns dann gleich angucken werden so die Jump Boost Stew auch die kann ich euch dann kurz demonstrieren wie ihr seht 6 Sekunden in der Jar Version 4 Sekunden in der Badrock Version wenn ich die jetzt hier trinke esse was auch immer dann kann ich ja etwas höher springen das macht sich vor allem hier zum Beispiel bemerkbar dass ich jetzt hier über diesen Zaun rüber hüpfen kann wie ihr seht das geht sonst nicht ich jetzt nochmal so einen Stew esse dann geht das natürlich wieder zack und wir können wieder über den Zaun rüber hüpfen ist jetzt nicht so spektakulär es last auch nicht so lange aber kann situationally vielleicht ganz gut sein vielleicht aber auch nicht ja das wäre dann dieses Stew hier ist jetzt nicht die krasseste Stew ist ganz okay das ist glaube ich einer von den tatsächlich schlechteren Stews wo allerdings wie immer die Lily of the Valley Stew das ist nämlich die Poison Stew genau das ist eine der schlechteren Stews wie ihr seht die könnt ihr vielleicht zum Trollen eurer Freunde nutzen aber für mehr auch eigentlich nicht für 12 Sekunden seid ihr gepoisoned nehmt Gift Schaden in der Badrock Version für 10 Sekunden muss ich euch glaube ich nicht demonstrieren das ist halt einfach ein schlechtes Stew wenn ihr die esst werdet ihr vergiftet und äh bad times ahead und so so das ist soweit ich weiß allerdings wiederum eine der besseren Stews die nächste hier das ist eine Oxeye Daisy so heißt dieses Blümchen hier äh und dieses schöne Blümchen hier äh sorgt dafür dass ihr den Regeneration Effekt kriegt wie ihr seht für 8 Sekunden in der Jar Version für 6 Sekunden in der Badrock Version wie gesagt meistens sind 2 Sekunden weniger in der Badrock Version ich glaube was Regeneration macht muss ich euch nicht erklären das ist quasi einfach äh ein Health Pot ja das ist ein Health Potion das ist ein Health Trank das ist also einfach ein Trank zum Leben regenerieren also was heißt ein Trank es ist halt es ist halt eine Suppe aber es ist halt ne wie ihr seht ihr braucht einfach nur 2 Pilze dieses eine also also eine Schale 2 Pilze und dieses eine Blümchen und habt quasi einen Pocket Health Pot der 8 oder 6 Sekunden je nachdem halt lastet das heißt ihr kriegt richtig Leben regeneriert für quasi so gut wie keine Kosten das ist das ist ja eine der besten also dass das hier einen der besten der besten suspicious Stews im Spiel ist muss ich glaube ich nicht weiter erklären großartig ähm dann diese hier also Regeneration dann Saturation und Fire Resistance sind in meinen Augen die drei besten Stews im Spiel aber wir werden uns natürlich auch noch den Rest angucken weil ne warum nicht ähm wie gesagt die neue die neue äh was ist hier Torchflower heißt sie glaube ich genau wieder die neue Torchflower ich hab sie in der True drin warum pick ich sie da anyways die neue Torchflower und das müsste eine Poppy sein genau diese beiden Blumenarchie habe die Torchflower tatsächlich vergessen reinzugeben ich tu mal hier nochmal so zack wunderbar ja also die Poppy und die Torchflower die resultieren in dieser Stew hier und dieses Stew hier ist die Night Visions Stew auch ganz okay I guess aber nur für 5 Sekunden und äh also für 5 Sekunden in der Jar Version ähm ja kann ich euch nicht demonstrieren was gerade Tag ist aber das ist quasi einfach Fullbright ja also falls der Brief Fullbright euch was sagt dieses Stew hat einen Fullbright Effekt von deiner Worten wenn ihr dieses Stew trinkt habt ihr für 4 beziehungsweise 5 Sekunden könnt ihr quasi wie eine Katze Nacht sehen und alles ist hell und wunderbar und danach halt wieder nicht mehr ist quasi das Gegenteil von von dem Blindness Ding da hinten äh anstatt dass ihr nichts überseht seht ihr quasi einmal kurz viel viel mehr und dann ja aber nur für 5 Sekunden lohnt sich nicht so wirklich äh würde ich euch von abraten aber ich meine wenn es euch gefällt go right ahead äh die Tulpen wie gesagt nicht nur die rote Tulpe sondern auch die es gibt auch andere Tulpen was gibt es noch für lustige Tulpen soweit ich weiß was geht das mit allen Tulpen äh wo sind wir denn da hab vorbeigescrollt daran oder Natural Blocks ich müsste eigentlich hier richtig sein ja bin ich auch so äh die rote die orangene die weiße und die pinke Tulpe diese ganzen Tulpen resultieren alle in der selben Stew und äh alle alle Einheiten alle Instanzen für dieses Stew sind leider alle Schrott mehr oder weniger das ist ein Weakness Stew ein weiterer Troll Stew schätze ich mal ähm für 9 Sekunden beziehungsweise 7 Sekunden habt ihr Weakness und macht weniger Schaden ich glaube das ist eventuell der andere Effekt nebenbeleidnis den man nur mit Suspicious Stew kriegen kann ich glaube anders äh kann man diesen Effekt eventuell nicht kriegen entweder der hier oder ein anderer von denen die da gerade schon waren ich glaube aber ähm das war dieser hier eventuell und zu guter Letzt ähm ja die Wither Rose ich werde euch im Blick zeigen die Riesenüberraschung dass man den Wither Effekt kriegt wenn man sich ein Suspicious Stew mit Wither Rose craftet für 8 Sekunden ist etwa 6 Sekunden auch dass er ein äh ein Troll Suspicious Stew schätze ich mal zum Freunde trollen oder so also in anderen Sinn sehe ich dahinter tatsächlich wirklich es sei denn ihr wollt unbedingt Schaden nehmen dann wupptidoo das ist die Stew für euch und dann am besten noch kombinieren mit der Poison Stew welche war das die hier glaube ich Lillian of the Valley ja genau äh diese beiden Stews kombinieren und äh Bad Times Ahead und Aua Bubu und so anyways äh äh ja das sind alles Stews die man so craften kann ich werde jetzt noch folgendes tun ich werde jetzt einmal kurz meine Sprache gleich auf äh auf Deutsch ändern und dann werde ich euch die ganzen Blumenamen nochmal auf Deutsch zeigen warum nicht außerdem kann ich dann endlich mal rausfinden das Mysterium wie diese schöne Suspekte Suppe denn auf Deutsch heißt ich nehme mich direkt ganz sicher deswegen äh bis gleich ich möchte euch einmal kurz äh bevor wir hier weitermachen darauf hinweisen was zur Hölle ist das hier bitte wieso 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 scrollen diese Knöpfe äh ja anyways deswegen spiele ich Minecraft auf Englisch weil auf Deutsch ist es irgendwie kind of scuffed und und so ihr seht es ja selber wie auch immer fertig zurück zum Spiel und wir finden es heraus als allererstes drum roll please seltsam und super so heißt sie auf Deutsch nicht suspekt sondern seltsam macht Sinn gut so die Alium heißt auf Deutsch Zierlauch meinetwegen auch mir gefällt Alium irgendwie besser aber okay anscheinend ist das hier ein Zierlauch ähm das hier ist eine ein Porzellansternchen also und also der Zierlauch ist für Feuerresistenz logischerweise die Schrift aus den Schildern nennt sich jetzt nicht ähm der Zierlauch ist für Feuerresistenz der das Porzellansternchen ist für Blindness also für Erblindung quasi ähm ja blaue Orchidee und genau Löwenzahn so heißt die Landline auf Deutsch äh für Saturation also für Sättigung quasi Jump Boost also Sprungboost kriegt ihr von äh von äh von der Kornblume okay Kornflower auf Englisch macht Sinn Lillie of a Valley Mai Glockchen gibt euch äh den Poison also den Vergiftungseffekt die Margerite gibt euch äh den Poison also den Vergiftungseffekt äh den Regenerationseffekt äh die Fackelilie und die Dämon ja die Poppy Dämon ähm ähm äh gibt euch den Nightwisheneffekt also den Nachtsee-Effekt den Katzenaugeneffekt quasi die Tulpen äh die Tulpen äh die Tulpen äh die Tulpen geben euch den Weakness-Effekt also den Schwächereffekt und zu guter Letzt die Witherrose gibt euch den Wither-Effekt bzw. den Verwitterungseffekt heißt das auf Deutsch wir finden es einmal kurz raus ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher äh wie heißt dieser lustige Effekt auf Deutsch wie heißt du oh lustiger Effekt verdorrung nevermind verdorrung natürlich natürlich anyways ähm ähm ja soviel dazu äh das äh sind die ganzen Effekte die ihr kriegen könnt ich hab euch auch das mit dünn lustigen Muschum kühn hier erklärt ich hab euch das Straten Rezept gezeigt ich kann überlegen ob ich noch irgendwas vergessen habe aber ich glaube nicht äh eine Sache die ihr bitte nicht vergesst ist lasst mir lieben gerne ein Abo da ähm falls es mir kommt gefällt und um mich generell mich um meinen Kanal auf YouTube zu unterstützen das würde mich sehr freuen und mich halt auch sehr unterstützen ich weiß riesige Überraschung aber ja was ich damit sagen wollte ist ganz einfach sollte ich euch ein Video ähm geholfen haben dann helft mir lieben gerne auch aus mit einem feinen kleinen Abo das würde mich sehr freuen oder gerne auch mit Likes und Kommentaren ich lese eher eigentlich mal alle Kommentare und also zumindest aktuell ist es noch möglich weil ich noch nicht so mega viele Kommentare kriege soll ich irgendwann 10.000 Kommentare am Tag kriegen wird es ein bisschen schwierig aber ich versuche immer alle Kommentare zu lesen und zu beantworten auch nicht immer sofort am selben Tag übrigens also nicht wundern äh aber in der Regel beantworte ich die meisten bis alle Kommentare ähm ich freue mich auch über jedes Like und über jedes Abo und ihr kennt das Spiel auf YouTube mit Sicherheit äh solltet ihr mir übrigens ein Abo dalassen nicht vergessen auch aufs Glöckchen zu klicken und die Benachrichtigung einzuschalten dass hier irgendwo der Sinn hinter dem Abo nicht war äh aber ja ich würde sagen das wäre es soweit fürs heutige Video wie bereits gesagt unterstützt mich lieben gerne mit Likes Kommentaren Abos ihr könnt glaube ich auch mittlerweile Mitglied werden auf meinem Kanal ich es hat aktuell glaube ich noch keinen einzigen Vorteil außer dass da steht du bist jetzt euer Mitglied äh ich hab's einfach mal eingeschaltet vor ein paar Wochen oder so und hab mir das dann nicht nochmal angeguckt seitdem vielleicht vielleicht werde ich da bald auch mal was dran machen ich weiß nicht aber ich hab aktuell viel um die Ohren auch äh auf meinem englischen Kanal zum Beispiel plant ja auch aktuell Videos für auch da müsst ihr gerne mal vorbeigucken mein englischer Kanal ist ein Programmierkanal wo ich zum Beispiel auch Videos zu meinen Minecraft Mods die ich selber erstellt hab hochgeladen hab und zu anderen lustigen Programmierthemen und da kommt bald auch mal wieder was wenn ich denn das Video mal fertig habe worauf woran ich auch unter anderem gerade arbeite wie auch immer ähm ich will das hier nicht weiter rum labern Rabbern das wäre es soweit fürs heutige Video ähm schaut liebe gerne auf meinem anderen Kanal vorbei unterstützt mich gerne auf diesem Kanal und schaltet vor allem liebe gerne wieder beim nächsten Video ein ich hoffe ich konnte euren Tag etwas versüßen und euch etwas aushelfen in diesem Video bis zum nächsten Mal Tschüüüü quá sch suicide M Theresa Untertitelung des ZDF, 2020